Ich bin Florian vom VCP und ich erkläre euch heute unsere Tracht. Die ist generell in grau. Wir haben hier einmal auf der linken Brusttasche unser VCP Zeichen und die Europa Flagge und die Deutschland Flagge. Dann haben wir die zwei unterschiedlichen Halstücher. Einmal das Ranger Rover Halstuch, das dunkelrot-blau ist, mit einem Halstuchknoten. Und einmal das vom RDP, unser nationales für die internationalen Meetings bzw. für die Meetings vom RDP mit VCP Logo als Knoten. Dann mein rechter Ärmel, da ist einmal mein GAU drauf, meine Siedlung und meine Sippe. Das heißt GAU Unterland, Siedlung Geronimo, Sippe Mato. Und auf meinem linken Ärmel ist das Wasm und Wax Zeichen drauf. Und dann habe ich noch ganz viele Badges vom Lager, von Bundeslagern, von Landeslagern wie hier oder auch von GAU Lagern, wo ich mir alle drauf genäht habe. Männer und Frauen haben bei uns alle die gleiche Trachtfarbe. Das heißt, wir haben nur einen Unterschied im Alter. Die Halstuchfarbe ändert sich da. Und jetzt für mich in dem Fall als Leiter habe ich das dunkelrote und blaue Halstuch. Dankeschön und bis bald. Ciao.